Hallo ihr Lieben, es ist Heinz Schemeier, hat er heute einen Beziehungscoach aus dem Sommerurlaub, diesmal wieder im Blog kommt um die Themen Dating, Zing und Liebe, Selbstliebe-Challenge geht los, kann man so gerade noch einsteigen, kann sich für die Ausbildung anmelden bei mir, findet ihr alles auf liebesche.de und kommt gerne zur Liebesche Party. So, wir haben eine Nachricht von Novskov, klar, und sie hat sich schon mal gemeldet bei dem Video ungesunder Egoismus oder restüberwundener Co-Abhängigkeit. Ja, was auch sehr cool war. Ja, genau, heute geht es um das Thema Eifersucht, bin ich zu Recht eifersüchtig. Ich brauche deinen Rat, mich packt ständig die Eifersucht mit meinem Partner. Ich muss dazu sagen, dass ich in allen Beziehungen in meinem Leben schon immer so eifersüchtig war, da alle auch weibliche Bekannte pflegten, betrogen würde ich jedoch nie von einem Partner. Mein Partner, mit dem ich nun neun Monate zusammen bin, hegt und pflegt seine sozialen Kontakte über SMS und Telefonate und die sozialen Medien. Persönliche Treffen sind seltener. Zu seiner Treue in seiner vergangenen, also Ehe über mehrere Jahrzehnte, hatte er einmal eine Affäre. Ansonsten ist er immer treu gewesen. Er ist sehr charmant in seinem Wesen und hört Frauen gern zu, gut und lange zu. Ein echter Frauenversteher halt. Grundsätzlich ist er zu mir wie ein offenes Buch und lässt mich in alles einblicken. Ich habe nicht das Gefühl, dass er etwas verheimlicht. Auch hat er mich noch nie angelogen. Oder auch nur den Schein vermittelt, unverbindlich zu sein. Jetzt zum Konkreten. Ein halbes Jahr Vor der Trennung von seiner Ex-Frau lernte er in einem gemeinsamen Urlaub anerkennen, zu der er nun Kontakt hält. Ja, es war vor eurer Beziehung. Also, das kann ich dir jetzt schon sagen, musst du durch. Also, nach seiner Aussage hätte sie ihn auf seinem Weg in ein größeres Leben begleitet, mit ihm für ihn wichtigen neuen Lebensimpulsen. Sie sei sein Coach gewesen und hätte ihm in der Trennungsphase Kraft gegeben. Es gab monatlich circa ein Treffen, von dem sein Ex-Frau nichts wusste. Ja, also darüber sollte man jetzt auch nicht urteilen. Ich meine, erst mal ist es überhaupt nichts passiert. Dann ist es eine Trennungssituation. Und ja, aus meiner Sicht alles okay. Darauf angesprochen, wo man nichts sagte, sagte er, er hätte nicht gewusst, was ihm vorgeht und wollte die Situation erst mal beobachten. Ja, wie gesagt, diese Trennungssituation, gerade von so einer langjährigen Ehe, da jetzt Urteil drüber zu fällen, finde ich ja immer, sollte man nicht tun. Das ist so ein Chaos. Dann gab es mit Daniela ein beruflicher Kontakt, bla bla bla, warum auch immer. Das hat nicht geklappt und der berufliche Kontakt änderte. Seitdem sind die beiden nur noch Freunde. Er sagt, der Kontakt bestünde nur noch über ein, ja, auch was Technisches und so weiter. Ja, also wie gesagt, da musst du durch. Das ist ein gutes Recht. Also du kannst nicht einem Erwachsenenmann vorschreiben, welche Menschen er trifft, auch nicht welche Frauen. Also ich würde ja, also wenn sozusagen die Exklusivität feststeht, würde ich immer raten, überhaupt keine Regeln aufzustellen, weil es macht einfach keinen Spaß. Man wirkt eine Beziehung damit ab. Es ist anstrengend. Es ist irgendwie auch weiter das Gefühl, ich würde mich in einer Beziehung sagen, muss ich jetzt alles Mögliche sein lassen, finde ich nicht gut. Also und ja, also worauf ich dann auch, denke ich, hinaus will, das ist alles, muss ich es einfach sagen, ist dein Ego oder dein Fragezeichen in deinem Kopf, was total okay ist, was ganz viele haben jetzt. Aber dass du das für dich eine Bedrohung bist, weil da ist keine Bedrohung und je mehr du das auch nicht als Bedrohung siehst, umso besser wird es ausgehen, denke ich so. Und natürlich, es gibt beides. Es gibt so unbegründete Eifersucht und es gibt Eifersucht für einen jemanden, der ständig anträgert, aber hier kann ich jetzt wirklich nicht sehen, auch nicht, auch nicht so energetisch oder so, dass dein Partner irgendwas falsch macht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die gab es vorher, bei der Frau, du kannst dich von ihm erwarten, dass er die abschießt, nur weil es dich jetzt gibt. Wenn du das durchsetzt, wirst du dann einen hohen Preis bezahlen und genauso gut, also natürlich immer gleiches Recht für alle, genauso gut kannst du natürlich männliche Freunde haben. Er hat von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass er ein paar Weibliche Bekannte hat. Ja, auch genau richtig gemacht, am Anfang gesagt. Wunderbar. Er sagte mir auch beim Gespräch darüber, wie wir in unserer Beziehung mit Ex-Dates umgehen wollen. Er sehe es auch nicht ein, den Kontakt zu alten Bekannten abzubrechen. Ja, finde ich auch gut, dass er dafür einstellt für sich. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Ex-Dates nicht mehr treffen. Ja, also Ex-Dates ist vielleicht auch wirklich zu schlüpfrig, sag ich mal. Aber Leute, mit denen Hannibus hatte, klar, da war die Treffende. Irwin sagt, da siehst du auch keine Ex-Dates oder eine Bekannte. Die Tage hat er mir einen Eintrag aus seinem Tagebuch vorgelesen. Also allein, dass er das schon muss, ist viel zu viel, finde ich. Also lasst das nicht so auf. Echt, guck da mal, was für ein Punkt in dir ist. Warum verunsichert dich das so? Warum pikst dich das so an? Aber das kannst du echt nicht bei ihm suchen. Die Tage riebst die Abends an. Er zeigt dir mit dem Anruf, aber ging nicht an. Ja, jetzt hätte er doch schon keine Lust mehr dann ranzugehen. Das willst du eigentlich gar nicht, ne? Weil Kontrolle, also du riebst ja jetzt eine gewisse Kontrolle aus, die führt wieder zu Geheimniskrämerei. Also genauso wie Geheimniskrämerei zur Kontrolle führt. Das ist so eins bedingt das andere, ne? Er sagte dann, sie würde sich ab und an mal melden, hätte auf ihre SMS, letzte SMS gar nicht geantwortet. Als er mir die Tage sein Handy ausgedient hatte, reichte sie mir erst mit der geöffneten Anrufliste. Ich sah Telefonate mit ihr am nachfolgenden Mittwoch, gegebenenfalls auch wechselseitige Anrufversuche. Ja, lass es. Spar deine Energie für was anderes. Echt. Ich habe bereits einige seiner weiblichen Bekannten kennengelernt und da ist von seiner Seite auch nichts. Er ist sehr durchschaubar. Ja, also solange er immer sagt, hey, wir können uns auch so dritt treffen, ist alles fein. Also nicht, dass man es immer müsste, aber solange das möglich ist, lieber ein Kumpel. Auch an sich ist der Boot zugänglich für Unterhaltungen mit Frauen, aber nicht sexuell überaktiviert. Ich sehe gelegentlich SMS-Eingänge von der Claudia. Hugs ab, echt. Ja, es hat ihr sogar noch angeboten, nicht mehr zu antworten, also verlange das nicht von ihm. Seitdem mache ich die Souveräne, wenn ich eine SMS oder die Anrufliste mitbekomme und spreche das Thema nicht mehr an, frage mich, wie B und C jetzt reagieren würde. B und C ist wahrscheinlich auch eifersüchtig und versuche es mir auszumachen. Ich habe auch das Gefühl, durch die Gespräche, die wir bereits drüber geführt haben, ist er auch schon ein wenig sensibel über das Thema und spart es aus. Ja, das kann man ihm nicht voreifen. Er hat nichts falsch gemacht. Also wirklich, ich höre auf, es immer wieder zu thematisieren, lass es einfach los und guck dir die Emotionen, die in dir stehen, dann an, durch sein. So, bei allen Bekannten, wo ich über die SMS gekränkt war, ja, also offensichtlich ist das Thema eben nicht nur bei ihr, also da musst du wirklich bei dir gucken. Also musst natürlich nicht, aber du hast der Beziehung echt einen Gefallen und dir auch, das mal anzugucken. Hat er mir just in dem Moment den Chat zu lesen gegeben, das ist echt zu viel. Da war nie was annähernd Irritierendes enthalten. Ich könnte niemals eine Bekanntschaft zu einem Mann führen, gar nicht immer mehr im Hinterkopf hätte. Ah, also du kennst das für dich nicht. Okay, ja, aber ihr seid nicht gleich. Außerdem möchte ich meinen Partner auch nicht irritieren und pflege schon deshalb keine ähnlichen Kontakte. Also meiner Meinung nach ist das so altes Beziehungsdenken, dieses immer Kontrollieren und du kannst es nicht kontrollieren, da kann noch beim Bäcker jemanden kennenlernen und es ist ein Problem. Also das kannst du sowieso nicht kontrollieren und es wirkt lebendige Beziehungen ab und vielleicht bist du auch so pieksig, weil du dir das selber immer nicht gegönnt hast, vielleicht mit einem Mann eine Freundschaft zu haben und bist deswegen so angepiekst, weil er sich das einfach das Recht nimmt. Aber naja, in jeder Beziehung gibt es neue Aufgaben, das ist jetzt vielleicht deine Aufgabe, wenn dich das so aufregt. Also ja, vielleicht solltest du dann auch mal Freundschaften zu Männern führen und vielleicht kann das für dich auch bereichernd sein, weil das ist, ihr trefft euch sonst auf dem niedrigen Niveau, wo man sich alles verbietet, aber das macht keinen Spaß. Also ich sage ja immer lieber auf einem hohen Niveau treffen, wo man sich viel erlaubt und sagt, hey, Hauptsache dir geht es gut und wir sind ehrlich miteinander, weil in diesem neuen Beziehungsdenken ersetzt Vertrauen Kontrolle oder auch Ehrlichkeit Kontrolle, also man sagt einfach, was Sache ist und da muss halt jeder mit seinen Emotionen klarkommen und verheimlicht auch nichts, aber man schränkt sich auch nicht unnötig ein. Also er hält sich auch in Vereinbarungen, das Thema begleitet mich von Anfang an in einer Beziehung, ich kriege zwischendurch immer wieder hin, einen gelassenen Moment zu bekommen, aber wenn ich wieder mal ein SMS oder ein Aufwit bekomme und nicht erst mal wieder eine Zahlung durch den Wind und kriege den Kopf tagelang nicht frei, ja, also da musst du jetzt keinen Zeit-Horizont setzen, indem du das bearbeitest, aber du kannst das meiner Ansicht nach nur bei dir lösen. Klar, hast du jetzt wieder eine Aufgabe gekriegt, aber so ist das, wir suchen uns immer neue Aufgaben. Nachdem wir in der ganzen Beziehung jetzt sechsmal darüber gesprochen haben, habe ich es drangegeben, weil es nicht das Gefühl habe, dass er es einsieht, den Kontakte zu verlassen. Das kannst du nicht von ihm verlangen, also du kannst es zwar, aber aus meiner Sicht muss er das nicht machen. Also ich würde mir das auch nicht bieten lassen. Also ich würde auch sagen, hey, die war vorher da, es ist eine Freundschaft, es ist im Wesentlichen sogar eine Telefon-Freundschaft, also es sei für ihn nur Kommunikation und er freue sich, wenn er abends mal jemand anriefe. Grundsätzlich liebt er mich total, bezeichnet unsere Beziehung als einzigartig und würden wir zusammenziehen. Ja, was willst du mehr? Das Geschmäckleins bleibt, also ich sehe da kein Geschmäcklein. Also natürlich habe ich keine Glasbuchel, aber ich von dem, was man aus einer E-Mail lesen kann, sehe ich da kein Geschmäcklein. Soll ich ihm den Kontakten da sagen? Nee. Oder an meinen eigenen Trägern arbeiten? Ja, definitiv. Wie soll ich mit ihm darüber kommunizieren beziehungsweise nicht kommunizieren? Also solange du ihn nicht einschränkst, kannst du über alles kommunizieren, kannst du sagen, oh, es fällt mir so schwer und ich will dir das aber, ich gönne dir das und vielleicht, nur weil ich es auch nicht habe oder vielleicht wollte ich auch mehr Freundinnen oder, also du kannst darüber kommunizieren, musst du nicht runterschlucken, aber nicht in so einer pieksigen Weise würde ich das nicht machen, sondern in so einer liebevollen Weise, wo du einfach deine Emotionen kommunizierst und es aber auch bei dir behältst, wo du für das Verantwortung nimmst zu deinen Emotionen. Ich habe das Gefühl, wir haben hinreichend gesprochen und drehen so einen Kreis. Ja, sehe ich auch, also grundsätzlich sehe ich das auch so, aber so in der Beziehung darfst du natürlich auch immer deine Emotionen sagen, ne? Solange das nur darum geht, die Emotionen zu sagen und nicht ihn zu kontrollieren, kannst du das immer mal wieder machen. Oder soll ich mal vorschlagen, dass wir zusammen einen Kaffee trinken gehen? Ja, natürlich kannst du, das kannst du ruhig machen. Da merke ich doch auch, wenn es nicht dazu kommt oder wie sich die beiden zueinander verhalten. Ja, aber jetzt lies da nicht irgendwas rein, also wo nichts ist. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange zusammen seid, ist das so ein bisschen manchmal auch am Anfang von der Beziehung. Ich kenne das auch so, wenn man merkt, da ist wirklich nichts, dass sich das dann auch beruhigt und dass man da echt total gechillt ist. ist, also ich würde da nicht so viel Energie reingeben in das Thema wirklich. Oder ist Claudia, was habe ich mal Daniela mal Claudia gesagt, das ist auch egal, glaube ich. Oder ist Claudia nur ein Synonym für jede andere potenzielle weibliche Bedrohung? Ja, würde ich so sehen. Also, hab mehr Selbstbewusstsein, glaub mehr an dich, denke, also, guter Gedanke für dich wäre, ich bin sowieso viel geiler und was soll ich mich über andere Frauen aufregen und wenn er meint, mich bescheißen zu müssen oder mich austauschen zu müssen, ja, ist deine Schuld, so würde ich das sehen. Ich habe das Gefühl, der Kopf will immer wieder neue Sicherheiten bekommen und habe das Thema auch mit meiner Therapeutin angesprochen. Sie meint, ich soll das Thema bei mir lassen. Ja, würde ich grundsätzlich tatsächlich genauso werden. Liebe Grüße, ja, vielen Dank für deine Fragen, könnt ihr auch solche Fragen stellen über einformulaufibliche.de und da gibt es so verschiedene Optionen und wir werden uns bald versehen. Bis bald. Bis bald.